Warte mal, ich hab C4. Wollen wir C4-Chats gehen? Nee, ne? Ja, warte. Ja, okay. Warte, ich muss es... Okay. Warte. So. Ba-bam. 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 Okay. Wie kann ich jetzt hier drauf? Okay. Moment, das buggt. Jetzt halt. Du-du-du-du-du-du-du. Das werden halt erstmal guter. Das ist jetzt. Oh, link ist halt das Ding. Alter, Digga, Alter. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, ich bin im Kampf gefallen. Ich bin im Kampf gefallen. Ich bin im Kampf gefallen. Alter, Digga, ich spawn bei dir. Ich spawn bei dir. Ich spawn bei dir. Oh, ich hab geklockt. Shit, ich check nix. Alter. Verreck. Alter, ich fahr halt einfach mit dem scheiß Jetski. Alter, das scheiß Ding hat mich überfahren, Mann. Ich bin doch halt schon Rambo eben. Wie steht das mit dem Feiermodus nochmal um? Ich hab ausgeresehen, aber eins hier drauf. Ich platzier B. Mach einfach alles. Ich platzier B, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann. Aber Leute, jetzt macht die sich schnitt gut. Alter. Ich hab wieder auf die Runde regoliert, ne? Mit der Aktivität. Ja, Mann. Ey, ich kann von hinten, aber... Alter, war das witzig. Alter. Ja, das war richtig witzig. Alter. Ja, das war richtig witzig. Alter, geil, Mann. Geile Aktion, Alter. Wir sind doch Ketze grad auf die Rampe zu brennen. Bis an mit Jetski, Alter. Das war ja mit Jetski. Wir sind mit dem Jetski gerade aus. Einfach gesitzen. Überall war ein Kick, der hat keiner hat was gecheckt, Alter. Aber witzig eben. Nice. Die waren alle so traurig, dass der Höhlenpart so schnell vorbei war. Alter, war das witzig eben. Heftiger Scheiß. Das war aber der Adrenalinkick, ey. Heftig. Ich hab richtig... Überall Gegner. Vor allem... Gepistelt alles, was geht. LOL.